Die Erde ist ja einem übelsten Sturm und Virus anheimgefallen. Schaut mal, alles ist komplett zerstört, alles ist verseucht und wir sind auf dem Weg bzw. wir sind runtergeschickt worden, um ein Heilmittel für die Menschheit zu finden. Also wie es aussieht, sind die von dem Virus infiziert. Und wie gesagt, wir haben auch einen sogar, dort schaut mal links unten, das sogenannte Vertigo-Virus. Das verursacht bei uns Hannuzillationen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das Vertigo-Virus wegbekommt. Ich habe aber in der letzten Folge, ich möchte es euch nochmal gerade nochmal zeigen, den Motor könnten wir dann auch nochmal anbringen. In der letzten Folge haben wir hier oben in dem Gewächshaus sehr, sehr viele Pflanzen entdeckt. Wirklich, wirklich viele. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mal jetzt so gesagt, Sando, du musst da auf jeden Fall mal noch ein paar Kisten bauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne die Kisten, man kommt hier einfach nicht vorwärts. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir müssten dann auch zwingend hier unser Luftschiff mal noch ein bisschen verbreitern. Weil ich würde dann direkt eine Seite, würde ich mal so als Lager machen wollen. Ich glaube, das ist Pflicht. Und dann haben wir ja sehr viele neue Forschungsteile gefunden, beziehungsweise gewonnen. Alleine in der letzten, vorletzten Folge schaut mal Station verbessern. Dann haben wir hier Armbrust und Beutzen, eine große Flasche. Einen einzigartigen Insektenköder. Einen einzigartigen. Als Insekten, ähm, am Insektenfänger montierter Köder lockt Beute aus dem Staub an. Eine mehrfarbige Rapsblüte und Biomasse. Biomasse. Jetzt weiß ich nicht genau, wo es zum Beispiel die Biomasse gibt. Aber ihr seht, ähm, ja, das hat schon was, ne? Ähm, besser als synthetischer. Das ist der Biomassekraftstoff und so weiter und so fort. Also, wir können das halt alles so ein ganz kleines bisschen jetzt mal nachbauen, beziehungsweise mitbauen. Auch das Polymer. Guckt mal, mit Pflanzenöl und synthetischen Materialien könnten wir auch das Polymer bauen. Da dazu ist aber gesagt, wir bräuchten da noch ein paar Flaschen, weil oben könnten wir noch ein bisschen Öl mitnehmen. Und das Öl bräuchten wir ja eigentlich für diese, äh, und das Öl bräuchten wir ja eigentlich für diese, für diese Nachbauten von dem Polymer. Also machen wir es so. Wir hauen uns hier einfach mal noch ein paar Flaschen rein. Dann würde ich sagen, die Flicken fliegen hier erstmal, die Flicken fliegen raus. So, das war Nummer eins. Dann bauen wir gleich nochmal was. Und dann möchte ich auch nochmal, wie gesagt, noch zwei, drei Kisten basteln. Moment, wir brauchen erstmal ein kurzes Geländer und Steg hier, ne? Das ist ein Raum. Das passt. So, den möchte ich gerne hierher bauen. Von Ausrüstung versperrt. Warum? Weil der Motor dran hängt. War klar. Kein Problem. Du musst da auf Kraftstoffdank öffnen. Zack, raus. Abmontieren. Ja, das müssen wir, das ist alles gut. So, einen Raum bitte dahin. Einen Raum bitte hier. Die Gewichtsgrenze ist erreicht. Alles klar, 500. Wir müssen, das ist jetzt das nächste, wir sollten ganz, ganz dringend unser Flight, unser Flugmaximum, unsere Flugkapazität, die müssen wir auf jeden Fall erhöhen. Wie wir das machen? Man kann in diesem, sag's mal, in diesem Schiffbauer, da kann man hier ganz hinten, schaut mal, den Ballon vergrößern und einen Ballonkern bauen. Den Ballonkern, die Basis für den Ballon. Jedes Luftschiff besitzt mindestens eine Basis. Das ist aber möglich, weitere Ballons hinzuzufügen, um nochmals die Hebekapazität zu erhöhen. Und hier der Ausbau des Ballons erhebt die Auftriebskraft. Das heißt, das geht auch nochmal nach oben. Ich würde jetzt folgendes machen. Ich würde mir erst mal so einen Kern bauen. Was? Geforderte Dehydrierung. Ja, ja, alles gut. Wir haben da noch was. Nur die Ruhe. Okay, passt auf. Also, als erstes packen wir erstmal die ganzen Pflanzen hier raus. Dann nehmen wir mal unseren Salat. Den hauen wir uns gleich mal rein. Dann nehmen wir mal noch ein gekühltes Wassergetränk hier raus. Und dann sieht das schon mal sehr gut aus. Jetzt interessiert mich mal... Moment, wir müssen wieder in den Schiffsbau rein. Den Ballonkern, den würde ich mal gerne mal bauen. Also, wir brauchen etwas Helium, etwas Kupfer. Haben wir hier überall, ne? Kupfer hätten wir hier. Helium hätten wir auch noch irgendwo rumliegen. Das haben wir, glaube ich, hier hinten mal mit irgendwo reingepackt. Ah, das isotonisches Getränk hier, ne? Hier hätten wir schon mal ein bisschen Helium. Dann hätten wir das schon mal. So, Halteschiffsbau wieder anwählen. Und hier dann mit etwas synthetischen Materialien. Mit 120 synthetischen Materialien. Habt ihr das gerade gelesen? Okay, das ist ganz schön teuer. Müssen wir vielleicht nochmal die Kanone... Müssen wir vielleicht nochmal die Kanone bemühen, ne? Weil so viele synthetische Materialien haben wir gar nicht mehr. Okay. Das sollten wir vielleicht nochmal rausfliegen. Und sollten draußen einfach mit der Kanone nochmal gucken, oder? Was meinen die? Ja. Glaubt, keine Motor... Ach ja, ich hab ja meinen... Ich hab ja meinen Motor abgebaut. Geil. So, was darf... Okay, hier kommt der Motor dran. So, da kommt er dran. Nicht genug Auftrieb. Wie nicht genug Auftrieb. Ach! Okay. Wir brauchen erst einmal... Okay, das wird jetzt so lustig genommen. Das garantier ich euch. So, wie es aussieht, müssten wir hier erstmal... Alleine mit der Kanone mal versuchen, dass wir noch an ein paar Metalle rankommen. Da ist es. Passt. Okay, wunderbar. Wir haben es geschafft. Okay. Wir haben 120 zusammen. Das heißt für uns, mein Lieben. Ähm... Giftsbauer. Rein. Ballonkern. Wow. Was ist das für ein Ding? Das ist echt so ein Ding, was man hier daneben bauen muss. Das ist echt so ein Ding, was man hier daneben bauen muss. Oh. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das... Kann man das oben drüber bauen? Ne. Das muss man daneben bauen. Das muss man echt daneben bauen. Aber bietet per Schiffsladung. Schaut mal. Wenn man jetzt noch einen Raum hätte hier daneben... Dann müssen wir einen Raum hier wegmachen. Aber es glaubt doch nicht. Wir müssen hier einen Raum wegmachen. Dann würde ich vorschlagen, wir machen den hier weg. Das ist auf Entfernungsmodus. Und dann machen wir den hier weg. Dann würde ich den Raum gerne hier anbauen. Hier. Das wird jetzt... Ich bin mal gespannt. Okay. Ähm... Raum. Hier. Kriegen wir jetzt... Kriegen wir jetzt an diesen Raum... Kriegen wir jetzt hier oben diesen Ballonkern dran. Und dann... So. Beziehungsweise mit Maschinenteilen... Werden wir jetzt schnell versuchen... Äh... Den Ballon zu vergrößern. Und dann probieren wir das mal. Hoffentlich funktioniert das. Ja, ja. Komm raus. Komm raus. 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 So. Wir haben den Ballon... Vergrößert, oder? Ja. So wie es aussieht... Hätten wir ihn mal größer gemacht. Okay. Das heißt... Wir haben jetzt hier... Mehr... Auftriebskraft. Das heißt... Diesen Raum müssen wir weg machen. Den da. Das Ding machen wir weg. Das Ding. Und dann bauen wir den Raum nochmal hier her. Genau. Da muss noch einer hin. So. Jetzt hätten wir hier mal noch einen schönen Raum dran. Schiffsladung 900. Das ist schon mal viel besser. Als nächstes brauchen wir noch einen Motor. Der Motor, der muss hier außen nochmal hin. Aber wir werden erstmal... Doch, der Motor muss erstmal hier außen noch irgendwo hin. Ohne Motor kommen wir nicht weg. Schon mal fucked. Sehr gut. Synthetischer Kraftstoff. So, jetzt können wir abheben. Und jetzt können wir zumindest einmal drehen. Und können uns ein bisschen was holen. Wir brauchen wirklich diese Mod... Das brauchen wir. Das ist wichtig. Köderbehälter öffnen. Oh, wir haben keinen Köder mehr. Das war klar. Wir bauen erstmal den einfachen. Da bauen wir ruhig mal zwei. Ja, ja. Alles cool. Zack, wieder rein. Weiter geht's. So, senk dich ab. Okay. Sieht... Es wird... Es wird... Leere Flaschen hätten wir jetzt hier zu Genüge. Guckt mal. Da werden wir gleich mal loslaufen. Und während oben... Genau in der Mitte von dem Ding... Haben wir ja diesen Schmutzwasserbehälter gehabt. Wisst ihr noch? Das ist ja unendlich. Das ist ja eine unendliche Quelle. Habe ich zumindest so noch nicht gesehen. Ja, komm hier hoch. Kein Thema. So, Schmutzwasserreinigung. Können wir fünf komplette immer reinhalten. Ja, komm gleich wieder runter. Zack, du kommst gleich wieder rein. Ich werde mal gleich essen. Ah, schon sieht das wieder gut aus. Es wird... Also... Also alles gut. Das passt. Dann würde ich nämlich gerne... Bevor das Ding fertig ist... Würde ich gerne hier den Raum noch befestigen. Sehr schön. Ähm... Hier würde ich erst einmal noch... Abbrechen. Dann würde ich erst einmal das hier noch... Weg machen. Das hier dann auch. So, dann bauen wir nämlich hier noch einen an. Guckt mal. Und dann haben wir doch endlich mal... Ein richtig schönes, großes Teil. Dann den Steg. Den Steg wollte ich gerne bauen. Genau. Nein, nein. Den wollen wir nicht innen platzieren. Den wollen wir gerne außen platzieren. Ja. Und zwar kommt hier das Wassergerät her. Und hier kommt gerne wieder unsere Kanone her. Das klingt immer nicht... Das klingt immer geil, die Kanone. So. Als nächstes. Bevor es losgeht... Müssen wir noch über den Extraktor... Müssen wir noch so eine kleine Kiste anfertigen. Hier Lagerung. Dankeschön. Das sieht doch mal gut aus, oder? Jetzt hätten wir hier ein paar Kisten, da ein paar Kisten. Wir sind auch noch sehr gut ausgestattet. Ich würde sagen, wir laufen dann einfach los. Und statten da oben nochmal dem... Und statten nochmal dort oben... ...dem ganzen Spaß und Besuch ab. Weil ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, wie man das... ...wie man das Vertigo-Virus wieder los wird. Aber ich sage nochmal zu uns... Ähm... Gehe heim. Gehe heim. Das finde ich schon geil. Warnet ihr einen durch... ...Weg durch die blockierte Tür? Ja, das müssen wir. Achso, jetzt wird rechts sogar angezeigt. Geil, was man da bräuchte, um das... ...um das abzufüllen, ne? Dieses Öl. Ja, das habe ich ja... Ja, das machen wir dann. Wisst ihr was? Wir haben ja noch Zeit. Freund, was? Das verbraucht auch noch Ausdauer. Ja, nur die Ruhe, Mensch. Ja, das ist einfach nur Müll, ne? Gerade. Okay, hier hätten wir... ...Expoiden. Hier bräuchten wir... ...ein Gerät. Ja, Metall. Okay. Aber hier gibt es leider nichts mehr zu holen, ne? Hier gibt es leider echt nichts mehr zu holen. Sehr schade. Ja, was heißt sehr schade? Haben wir schon hier jetzt... ...sehr viel hier rausgeholt, ne? Oder rausholen dürfen. Da waren wir. Da hatten wir alles geholt. Das passt. Kalorienverbrauch. Nein, nimm da nicht. Entspann dich mal. Irgendwo war dort oben dieses... Ne, ich weiß nicht, was es ist. Dieses Vieh. Und wartet auf uns. Wartet, dass wir wiederkommen. Oh, das war gerade knapp, gellä? Jetzt sind wir irgendwo durchgefallen. Da waren wir. Hier hinten ging es auch noch mal rein. Da waren die ganzen Pflanzen. Hier, können wir die jetzt ab... Ja! Guckt mal, Biomasse. Okay, haben die Haltbarkeit. Die halten sehr lange. Biomasse hält sowieso sehr lange. Okay. Also, ihr seht, ohne Ausdauer. Könnt ihr vergessen. Ach, das können wir auch noch wegnehmen. Sag mal, können wir bei uns dann irgendwas anbauen? Können wir bei uns auf dem Schiff dann bilden, was... Eine mehrfingrige Rapsblüte. Also, mit dem Raps lässt sich ja super viele Sachen herstellen. Das sind wir da so fast wieder voll. Das sind alles einzelne Pflanzen. Oh, nein. Okay. Ja, das sind alles einzelne Pflanzen. Wir müssen wieder runter. Wir sind voll. Das gibt's gar nicht. Geh nach Hause. Die Immunität nimmt ab. Geh nach Hause. Ich glaub nicht, dass hier die Immunität abnimmt, aber danke. Wir werden uns jetzt mal noch ein paar leere Flaschen organisieren. Ähm, und dann werden wir... Boah, der Ballon ist ja echt größer. Geil. Und dann werden wir... Und dann werden wir mit diesen Flaschen... werden wir uns oben noch ein bisschen solches Pflanzenöl holen. Aber guck mal, was machen wir denn mit den ganzen Pflanzen? Etwa hier die Möglichkeit, irgendwas... Insektenköder. Oh, ja! Da gehen wir rein. Das wollen wir wissen. Komm, wir sind einmal hier. Okay, hier. Einzigartiger Insektenköder. Da bräuchten wir Polymer. Fünf Stück. Beständigkeit zehn von zehn. Ah, das sind zehn Aufladungen. So ein Ding muss jetzt her. Aber was machen wir mit den ganzen anderen Pflanzen? Guckt mal. Gemüse, das in vielen Gerichten verwendet wird. Ja, war ein Wäldchen. So, einzigartiger. Jetzt packen wir den da rein. Bam. Kriegen wir jetzt damit ein anderes Teil? Na, guck mal. Dieses... Dieses ganze Zeug. Und schau, das Ding voll. Gibt ein bisschen Nahrung. Vom Rohverzehr wird abgeraten. Okay. Jetzt habe ich eine Frage. Kochstation verwenden. Das Ding da rein. Kochen. Nein, das geht. Aha, das geht. Was ist denn das? Gut, komm. Komm, da kochen wir mal das Ding durch. Dann nehmen wir mal noch so eine kleine Aster. Und wir nehmen so eine Tintenknolle. Boah, wie lange dauert das? Ein gekochter, mehrfarbiger Raps. Gekochte Lebensmittel haben eine bessere Nährwerte als Hochkost. Ja, das denke ich mir. So, dann wollte ich gerne noch so eine Tintenknolle probieren. Polymer, brauchen wir Pflanzenöl und synthetische Materialien. Das ist schon mal schön. Und hier gibt es jetzt die sogenannte gekochte Tintenknolle. Guckt mal. Das gibt sogar Wasser. Das gibt Wasser und Gesundheit. Das ist ja cool. Und hier nehmen wir noch die kleine Aster mit. Was? Eine gekochte kleine Aster. Das ist das Ding. Bringt einfach nur... Ach, das bringt Energie. Das ist ja... Das ist auch geil. Ich glaube, das Gewitter ist abgezogen. Kann das sein? Und so wie es aussah und so wie es aussieht, wurden wir dieses Mal... wurden wir dieses Mal relativ verschont. Kann das sein? So, der Kraftstoffdang ist hier noch relativ voll. Hier könnten wir was reinpacken. Und dann fliegen wir bestimmt gleich viel schneller. Okay. Hat sich aufgelöst. Der Sturm wie von Zauberhand. Und wir laufen los. Also, das war jetzt so eine kleine schöne Baufolge. Mit allem drum und dran. Ihr habt mal gesehen, was man alles herstellen kann. Gerade mit diesen Pflanzen. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier geht. Und wir holen uns dieses Mal nicht das Zeug. Sondern wir gucken mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Guck mal, Flasche Pflanzenöl. Auf dem Weg zurück würde ich dann gerne das Schmutzwasser mitnehmen. Aber erst auf dem Weg zurück. Vielleicht kriegen wir hier auf dem Weg nach oben. Hier, guck mal. Noch ein kleines bisschen... Kleines bisschen Öl raus. Haben wir auch vergessen. Okay. Okay. Wie gesagt. Auch hier. Alles ange... Ich hab's doch gewusst. Mit Pflanzenöl und Metallen kriegen wir halt dieses Polymer raus. Das darf man nicht vergessen. Okay. Das war's. Nächster Stock. Und ganz oben ist ja dieses furchtbare Biest gewesen. Aber ich weiß nicht, was das war eigentlich. Und hier kriegt man halt diese Rapsblüte raus. Ja, ja. Nur die Ruhe entspannen dich doch mal. So, hier vorne hat man noch angefangen. Gut, kommt, das reicht. Wir haben schon wieder die Hälfte am Pflanzenwoll. So, das war der Stock. Und ich glaub, bis sie weiter oben... Oh, cool. Grüner Kalander. Da hat bloß die Frage, was macht ein grüner Kalander? So, und hier... Ich glaub, hier muss man's nochmal reinhacken, ne? Kreuzblumen nehmen. Ne, die können wir nur nehmen. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir jetzt rein. Und hier hauen wir uns auch gleich rein. Ja, nur die Ruhe. Gut, okay. Wir sind zumindestens mal drin. Ähm... Einen Computer verwenden. Poster Kreuzung nehmen. Expeditionscomputer. Ist die Quelle des gesendeten Rettungssignals. Zum Betrieb ist Strom erforderlich. Okay, Bild von Blumen nehmen. Wie, ist es Strom erforderlich? Ach, da müssen wir wahrscheinlich nochmal hochgehen. Okay. Hier ist auch nochmal was. Was ist das hier drüben, hä? Das sieht auch kurios aus. Hier. Ah... Das war mir klar. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin. Dann würde ich sagen, mein Lieben, ich räume nochmal kurz aus. Bin sofort wieder da. So, mein Lieben. Ich bin hier gerade am ausräumen. Ich habe jetzt folgendes festgestellt. Guckt mal. Wenn man jetzt hier diese Pflanze nimmt. Diese eine, die wir umgefunden haben. Und zwar ist das hier dieser Patat. Wenn man das Teil nimmt, guckt mal, dann steht hier dort, kann einige Krankheiten heilen. Wenn man das jetzt nimmt, haben wir den Vertigo-Virus nicht mehr. Also, das ist richtig gut. Heiden, um mehr zu sehen. Das heißt, mit diesem gekochten Patat kann man dieses Virus wegmachen. Also richtig geil. Wir gehen jetzt gleich nochmal los. Das ist halt sehr, sehr schade, dass man diese Pflanzen halt nicht stacken kann. Das finde ich halt so ein bisschen, ne? Das finde ich halt so ein bisschen Mist. Aber gut. Dann ist es halt so. Wir packen hier nochmal so eine Kreuzblume rein, würde ich sagen. Und dann kommen wir nochmal los. Übrigens, man kann jetzt auch Stationen verbessern. Schaut mal. Mit der Filterflasche, mit etwas Glas. Können wir zum Beispiel direkt, da brauchen wir keine richtigen Flaschen mehr mitnehmen auf unsere Reisen durch die verschiedenen Stationen, sondern einfach so eine Filterflasche. Und die hat einen Filter, der verschmutztes Wasser reinigt. Also, das ist richtig gut. Da bräuchten wir zehn Glaselemente und einen so einen grünen Kolander. Das Ding wäre hier, ne? Leere Flaschen haben wir auch noch mit. Vielleicht finden wir unterwegs noch etwas. Aber wir müssen ja nochmal ganz hoch. Wir müssen ja nochmal ganz hoch. Das heißt für uns, Licht an. Ja, ja, nur die Ruhe. Wir sind ausgeruht. Wir haben gegessen. Wir haben getrunken. Es ist alles soweit gut. Hier unten auf der Seite haben wir ja eigentlich alles ausgeräumt. Auf der nächsten Seite haben wir auch alles ausgeräumt. Hier kamen wir ja... Doch, hier kamen wir ja auch weiter. Das war das mit dem Gewächshaus. Da könnten wir zur Not nochmal so ein bisschen was mitnehmen, wenn wir wollen. Na, das ist alles kein Problem. Und hier gab es ja... Guckt mal, ne? Hier gab es ja jetzt diesen... Diesen Müll, wo wir runtergefallen sind. Und hier müssten wir irgendwie... Das hier wäre erst so ein Gewächshaus, ne? Da hinten waren wir drin. Da leuchtet was. Das ist wieder so ein grüner Kolander. Ach, das ist ja cool. So, dann einmal rein. Was ist denn das? Eine Ige-Figur. Können wir das scannen? Das können wir scannen. Eine dekorative Figur. Sehr schön. Hier liegt noch eine Missgabe. Hier sind noch ein paar Pflanzen drin. Und so weiter und so fort. Das könnten wir ja mit einem Messer, könnten wir das wegnehmen. Auch hier das Gras könnten wir wegnehmen. Hier hätten wir zum Beispiel nochmal Patat. Das ist ganz wichtig dann, ne? Für das Gegengift. So, und dann wären wir hier schon mal durch. Ne, alles gut. So weit. Jetzt werde ich da inzwischen die Folgen machen. Oh, guck mal da hinten. Was ist das? Ah, da hätte man ein bisschen weiter hochspringen sollen. Ist das... Waren das Tomaten? Oder was war das bitte? Ach, komm. Außenrum. Ja, nicht innenrum, weil hier gibt es kein Plateau. Tja, da drüben hatte ich das jetzt gesehen. Müssen wir da außenrum laufen? Oder kommen wir da überhaupt außenrum? Patat, Patat. Ach hier, guck mal. Das war das Vieh. Jetzt sind wir wieder mit dem Vertigo-Virus infiziert, ne? Ah, Mist. Aber wir haben es zumindest mal gesehen. Was ist das hier? Das war dieses Vieh. Haben wir das jetzt aufgehoben? Hier, da ist es. Eine einlörende Gasgrille. Das Gift hat eine gefährlich stimulierende Wirkung auf menschlichen Nervenbahnen. Boah. Also, jetzt wissen wir mal, wo das Vieh herkommt. Ich glaube, ich hätte scannen sollen. Kann das sein? Ich hätte, glaube ich, scannen sollen. Egal. Jetzt sind wir zumindest mal hier. Guckt mal, hier oben. Wie kommen wir denn da hin? Ah, da müssen wir... ...noch einmal weiter oben runterspringen, ne? Okay, passt auf. Hier gehen wir nur einen Schritt hoch. Naja, jetzt ist das Schloss kaputt. Das sehe ich schon. Wo war ich hier drüben? Kommen wir da einfach so rüber? Oder müssen wir da von der anderen Seite drüber springen? Okay. Okay. Das ist ja geil. Was gibt es denn hier? Hammer Chili. Vorsicht, hier können wir einfallen. Und schon ist das Inventar voll. Haha. Geil. Wir kommen nicht mal mehr hoch, ne? Ich bin gerade so fasziniert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo ich aufhören soll. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Was hier los ist. Da bräuchten wir Strom. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo es Strom... Vielleicht ganz oben. Muss man halt mal schauen. Dann müssen wir das Ding auch noch bauen. Diese Kiste. Ja, hier waren wir ja. Das war das mit dem Rechner. Guckt mal, das können wir auch noch... Das könnten wir alles noch mitnehmen. Boah, nein. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das da von einer wunderschönen Pflanze? Ne, ist alles Glas. Also das könnten wir mit unserer Kanone wegballern. Das wäre kein... Hier. Okay. Wir bräuchten eigentlich nur Strom vor hier vorne. Dann klemmen wir den PC an. Dann kommen wir vielleicht schon mal an nähere Informationen. Und hier oben... Wir waren ja vor uns schon mal hier oben. Hier oben hat uns dann das Virus erwischt mit dieser kleinen Motte oder was auch immer das war. Hier unten ist wieder so ein Teil. Guckt mal. So, wo geht's hier hoch? Da geht's hoch. Müssen wir nur gucken, wo dieser Motte steckt. Hier können wir also die fest... Ja, die... Okay, da ist dieses Ding. Schaut mal. Das können wir leider nicht scannen. Wir haben's aber. Wir haben's geschafft. Können wir hier irgendwas wegnehmen? Nahrung. Wärm, Wasser. Bisschen Energie. Oh. Aber... Ach, wir müssen jetzt... Okay, komm, komm, wir gehen nach Hause. Kommen, wir gehen nach Hause. Dann würde ich sagen, Ende mit dieser Folge. Wir brauchen unbedingt eine Batterie. Das haben wir jetzt festgestellt. Ähm. Hier gibt's wieder so ein Teil, ne? Ach, das können wir... Na, das können wir eh nicht runterholen. Schmutzwasser auffüllen. Dann müssen wir ganz, ganz schnell was trinken. Also ihr seht, man ist ja einmal... Man ist ja einmal unterwegs. Und, äh, ihr seht, was hier los ist. Ihr seht, was hier los ist. Es ist unglaublich. Es macht unheimlich Spaß. Gerade das Erforschen. Gerade das Entdecken. Da weißt du gar nicht erstmal, was du... Ja, was du hier irgendwie... Was du entdecken kannst. Beziehungsweise, wo du hinläufst. Vor lauter neuen... Vor lauter neuen Dingen. Hier können wir so Bilder auf die... Hier können wir so Bilder... Ähm... Unten hinlegen. Linie A, Linie B. Und so weiter und so fort. Und dann müssen wir auf jeden Fall mit unserem Schiff nochmal außenrum fliegen. Und müssen nochmal gucken, ob wir da irgendwie... Wie auch noch an die anderen Glasmaterialien... Beziehungsweise an die anderen Stoffe rankommen. Weil da oben hängt ja noch jede Menge rum. Was wir mit unserer Kanone runterballern dürfen. Aber das alles in den nächsten Folgen. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao. Macht's gut. So arbeitet- Vielen Dank.